Hallo Geschichtsfans! Heute nehme ich euch mit auf eine Zeitreise ins Jahr 790 nach Christus. Wir tauchen ein in die faszinierende Geschichte der Pfalz Salz im Grabfeld. Stellt euch vor, Europa befindet sich im frühen Mittelalter. Karl der Große, der mächtige Herrscher des Karolinger Reichs, regiert. Seine Herrschaft ist geprägt von Expansion, Machtkonsolidierung und einer Wiederbelebung von Kunst, Kultur und Bildung. Die Historiker nennen es die Karolingische Renaissance. Warum also wählte Karl der Große das Grabfeld für seinen Palast? Nun, die Region hatte strategische Bedeutung. Sie lag an der Kreuzung wichtiger Handelswege, was sie zu einem idealen Ort für Verwaltung und Kontrolle machte. Außerdem konnten durch das fruchtbare Land und die Ressourcen eine beträchtliche Bevölkerung versorgt. Und die Bedürfnisse des Hofes gedeckt werden. Die Pfalz selbst diente mehreren Zwecken. Sie war ein politisches Zentrum, in dem Karl und seine Nachfolger Hof hielten, Dekrete erließen und die Angelegenheiten des Reiches verwalteten. Sie war auch ein kultureller Knotenpunkt, der Gelehrte, Künstler und Intellektuelle der karolingischen Renaissance beherbergte. Der Bau der Pfalz Salz erforderte für die damalige Zeit beeindruckende Leistungen in Ingenieurswesen und Architektur. Die Arbeiter verwendeten lokale Materialien, Holz, Stein und Lehm, um Gebäude zu errichten, die sowohl funktional als auch imposant waren. Stellt euch große Hallen, befestigte Mauern und kunstvolle Holzarbeiten vor, die alle darauf ausgelegt waren, die Macht und Raffinesse der karolingischen Dynastie zu demonstrieren. Was die Pfalz Salz jedoch wirklich auszeichnete, war ihre Rolle im karolingischen Verwaltungsnetz. Sie war nicht nur ein fester Regierungssitz, sondern Teil eines Systems von Pfalzen, zwischen denen Karl der Große hin- und herreiste. Diese Mobilität ermöglichte es ihm, die Kontrolle über sein riesiges Reich zu behalten und schnell auf Bedrohungen oder Probleme zu reagieren. Das Erbe der Pfalz Salz lebt heute weiter. Archäologische Ausgrabungen haben Überreste dieses großartigen Palastes freigelegt, die uns einen Einblick in die Vergangenheit gewähren. Diese Entdeckungen helfen uns zu verstehen, wie das Karolinger Reich funktionierte und wie es den Grundstein für das moderne Europa legte. Wenn ihr also das nächste Mal an mittelalterliche Geschichte denkt, erinnert euch an die Pfalz Salz und ihre Rolle bei der Gestaltung der Welt, in der wir heute leben. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig und erkundet die Vergangenheit. Die Vergangenheit Die Vergangenheit Die Vergangenheit Die Vergangenheit